grüße euch das heutige thema hausknappe 145 quadratmeter inklusive grundstück schlüsselfertig bleiben so das haus einige sätze walmdach bungalow knappe 145 quadratmeter das grundstück circa 900 quadratmeter schlüsselfertig bieten wir das haus an und da kommen noch weitere details die sehr interessant sind viele von euch fragen ja auch haben wir einfluss auf unser haus die antwort selbstverständlich ja so noch mal einige sätze zu den preis wir bieten natürlich wie schon vereinbart grundstücke stadtgrundstücke oder stadtrand grundstücke von der stadt sehr gute toplage inklusive haus und die preise fangen bei 139.000 euro solltet ihr interesse haben einfach mal anrufen unten lasse ich euch die kontaktdaten email plus whatsapp beziehungsweise telegram-nummer falls ihr zusätzliche fragen habt die lage wie immer ist das wichtigste stadt nahe aber trotzdem ruhig ihr habt sämtliche einkaufsmöglichkeiten ärzte krankenhäuser apotheken alles ist zu fuß erreichbar also überhaupt gar kein problem die stadt piribebuy liegt circa eine autostunde von der hauptstadt paraguays asunción entfernt und auch ungefähr eine autostunde von internationalen flughafen in asunción beziehungsweise lucke silvio petiros komplett tolle ruhige aber trotzdem zentrale lage so hat euch das video gefallen einfach likes nach oben teilt das video auf jeden fall es gibt sicherlich freunde bekannte dem das haus oder auch andere häuser gefallen und wir sehen uns hier links werde ich euch selbstverständlich weitere empfehlenswerte videos aus unserem kanal empfehlen wir sehen uns im nächsten video richtig bis dann macht's gut